Bevor es jetzt losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, denk daran, dies ist nur unsere persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Wir können nicht für die Vollständigkeit des Inhalts garantieren oder für fehlerhafte Aussagen haften. Du musst dir immer deine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Beachte dazu auch den Disclaimer in der Infobox. Denn unsere Mission ist einfach. Wir wollen dir helfen, eine eigene Meinung zu bilden. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und wir werden diesen gemeinsam finden. Modern Value Investing startet jetzt. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum suchen nur ein Update. Und deswegen gibt es jetzt ein Update zu neuen Unternehmen. Und diese sind heute Air Products & Chemicals. Covestro, Deutsche Post, Beiersdorf, MTU, Aero Engines, Bonovia, Adidas, Kraft Heinz und Bayer. Fangen wir direkt an mit Air Products. In den letzten zwölf Monaten ging es 38,3% nach oben. Aktueller Petrovsky F-Score, sieben von neun möglichen Punkten. Der Levermann-Score kommt auf drei Punkte. Was bedeutet, würde halten? Und nach Peter Lynch haben wir hier ein Fast-Grower. Weil Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Marcel, schön, dass du da bist. Was sagt der Chart? Herzlich Willkommen, liebe Community. Hallo Philipp und danke dir. Wir steigen direkt ein mit dem Chart von Air Products & Chemicals. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie richtig stark an. Von 160 Dollar ging es auf 230 Dollar. Und seitdem befinden wir uns jetzt knapp drei Monate in einer sehr, sehr starken Seitwärtsphase. Es wurden kaum Zwischenverkäufe getätigt. Und wenn dann doch, ging es mit einer starken, schnellen Gegenbewegung wieder etwas rauf. Nun wird es sicherlich noch ein bisschen weiter gehen. Diese Seitwärtsphase der Chart ist relativ stabil im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und es ist eine Frage der Zeit, bis wir neue Allzeithochs sehen. Zurück zu dir und zum nächsten Unternehmen. Vielen Dank, machen wir weiter mit Covestro. In den letzten zwölf Monaten ging es minus 38,9% nach unten. Der aktuelle Petrovsky F-Score kommt auf fünf von neun möglichen Punkten. Der Levermanns-Score auf drei Punkte. Und nach Peter Lynch haben wir hier ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen ab 2020 wieder mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Was sagt der Chart? Vielen Dank, Philipp. Und wir betrachten den Chart der Covestro AG. Und ich möchte gar nicht weiter den langfristigen Abwärtstrend ansprechen. Zuletzt stellten wir fest, dass wir wohlmöglich einen Boden gebildet haben. Das erkennt man daran, dass wir zwei Trendwänden auf einer Höhe erkannt haben. Es ging wieder rauf Richtung 44 Euro. Der Abwärtstrend hat sich zunächst nicht fortgesetzt, aber aus dem Schlimmsten sind wir ebenfalls nicht raus. Im positiven Falle kann die Marke von 45,3 Euro geknackt werden. Oder so wie es jetzt zuletzt angebahnt hatte, könnte es auch wieder einen Rückfall in Richtung 37, 38 Euro geben. Wir werden es weiter beobachten. Seit dem letzten Update konnte der Kurs allerdings 12,4 Prozent gewinnen. Zurück zu dir und zum nächsten. Vielen Dank und die Deutsche Post. Hier ging es in den letzten zwölf Monaten minus 5,2 Prozent nach unten. Aktuell der Petrovski F-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermanns-Score 2 Punkte, was bedeutet Verkaufen. Und nach Peter Lynch haben wir hier ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende. Für die Aktionäre, was sagt der Chart? Vielen Dank und willkommen zum nächsten DAX-Unternehmen des Tages. Und das ist die Deutsche Post. Beim letzten Mal konnten wir bereits feststellen, dass eine Trendwende vollzogen wurde. Es bildete sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend, bei dem wir immer wieder Tiefs sehen, die aufgekauft werden und wieder höhere Tiefs bilden. Zuletzt ging es wieder am Widerstand bei 31,2 Euro runter. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt wieder auf die gelbe Linie prallen und von dort an wieder nach oben. Und somit spitzt sich natürlich die Situation zu. Wir werden weiter beobachten und ich bin gespannt, wann wir hier einen Ausbruch, egal ob einen positiven oder einen negativen, melden können. Seit dem letzten Update konnte der Kurs lediglich um 2,4 Prozent zulegen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht heute. Bei Beiersdorf ging es in den letzten zwölf Monaten 10,3 Prozent nach oben. Aktueller Petrovski F-Score, 6 von 9 möglichen Punkten. Der Levermann-Score, 4 Punkte, was bedeuten würde kaufen. Und nach Peter Lynch haben wir einen Average Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Marcel, was sagt der Chart? Danke, betrachten wir nun den Chart der Beiersdorf AG. Und seit dem 52 Wochen tief Anfang März 2019 ging es rasant nach oben. Zuletzt sahen wir das Allzeithoch bei über 116 Euro. Und danach, was auch überfällig war und auch gut tat für den Kurs, erstmal eine Konsolidierung. Und jetzt sehen wir, dass diese wahrscheinlich wieder in dem Bereich zwischen 105 und 109 Euro wieder abbremsen wird und mit neuem Anlauf in Richtung Allzeithoch laufen könnte. Seit dem letzten Update sahen wir einen Kursverlust von 5,1 Prozent, halb so wild für langfristige Anleger. Zum nächsten Unternehmen und zu dir zurück. Vielen Dank, machen wir weiter mit MTU. Und hier ging es in den letzten 12 Monaten 23 Prozent nach oben. Der aktuelle Petrovski F-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Der Levermann-Score 4 Punkte kaufen und nach Peter Lynch haben wir einen Average Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Hebt der Chart auch so ab wie die Turbinen? Herzlichen Dank und wir betrachten den Chart des DAX-Neulings MTU Aero Engines. Der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Diesen hatten wir beim letzten Update stark gelobt und zuletzt ging es ein wenig runter. Ganz klar warum. Denn es ging unter hohem Volumen ganz stark rauf und runter. Denn es wurde bekannt und es wurde auch schon vollzogen, dass MTU im DAX aufgenommen wird und das Traditionsunternehmen ThyssenKrupp ersetzt. Häufig wurden Rücksetzer gleich wieder aufgekauft. Ich gehe davon aus, dass dies auch diesmal der Fall ist. Bei 237,7 Euro kam richtig stark Stabilität hinein. Nicht zum ersten Mal. Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass es weitergehen wird mit der Rallye in Richtung 260 Euro. Seit dem letzten Update hat der Kurs lediglich 2,6 Prozent verloren. Auf zum nächsten Unternehmen. Was wartet da auf uns? Vielen Dank. Machen wir weiter mit Vonovia. In den letzten 12 Monaten 4,4 Prozent Kursgewinn. Und der Petrovski F-Score kommt auf 4 Punkte. Der Levermann-Score 2 Punkte. Was bedeuten würde verkaufen? Und nach Peter Lünscher mein Average Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Was sagt der Chart? Danke dir und es wird langsam zum DAX-Update. Wir betrachten den Chart von Vonovia und sehen, dass wir seit dem letzten Update lediglich 2,5 Prozent verloren haben. Es wurde wieder bei 42 Euro aufgekauft. Das scheint eine starke Unterstützung zu sein. Ein leichter Abwärtstrend hat sich mittlerweile gebildet. Das ist diese goldene Linie. Wenn diese überschritten wird, wird der langfristige übergeordnete Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Ich gehe stark davon aus, dass dies in den nächsten Handelstagen passieren wird. Vor allem, da heute wieder eine tolle Unternehmensmeldung eingegangen ist. Und zwar wird das schwedische Immobilienunternehmen Hembla übernommen. Das ist also wieder eine Erweiterung des Portfolios von Vonovia. Und so bin ich recht optimistisch für den Chart. Ich freue mich aufs nächste Unternehmen. Philipp. Vielen Dank. Kommen wir zum Dauerläufer Adidas. Es ging in den letzten 12 Monaten 30,7 Prozent nach oben. Der Petrovski F-Score 7 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score 1 Punkt, was bedeutet, würde verkaufen. Und nach Peter Lynch haben wir einen Average Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Was sagt der Chart? Danke dir Philipp und wir werfen direkt einen Blick auf einen der performancereichsten Unternehmen im DAX in den letzten Jahren. Und das ist Adidas. Und seit dem letzten Update gab es einen Kursplus von einem Prozent. Klingt nicht viel, aber wir konsolidieren hier gerade auf sehr hohem Niveau. Der Kurs korrigierte recht stabil und nun ist es eine Frage der Zeit, bis es wieder einen Ausbruch gibt und die 300 Euro wieder angesteuert werden. Nach dem Interview von CEO Rohrstedt bin ich recht optimistisch und glaube, dass Adidas einer der stärksten deutschen Unternehmen aktuell ist. Zurück zu dir. Wie geht es weiter? Kraft Heinz in den letzten zwölf Monaten minus 47,4 Prozent. Petrovski F-Score fünf von neun möglichen Punkten, der Levermann-Score minus zwei Punkte verkaufen. Nach Peter Lynch haben wir einen Slow Grower. Analysten rechnen wieder mit stärker steigenden Umsätzen ab 2020. Das EBIT soll ab 2021 wieder zulegen. Der Gewinn je Aktie ab 2020. Und auch die Dividende soll wieder ab 2020 zulegen. Was sagt der Chart? Danke, wir betrachten das charttechnische Update von Kraft Heinz Company. Und weiterhin ist Vorsicht geboten, denn es ging zwar charttechnisch stark in eine Gegenbewegung plus 10,3 Prozent seit dem letzten Update vom Tief bei 25 Dollar. Doch die 30 Dollar wurden nicht überboten. Es ging direkt wieder runter. Und nun könnte es natürlich sein, dass der Abwärtstrend einfach seinen Lauf nehmen wird und wir unter die 25 Dollar Marke stürzen werden. Wir werden sehen, ob sich vielleicht sogar ein Boden bildet oder ob eben, wie gesagt, der Abwärtstrend fortgesetzt wird. Also weiterhin Vorsicht, keine Euphorie, hier gibt es noch nicht viel Positives. Zurück zu dir und zum letzten Unternehmen des Tages. Vielen Dank, machen wir weiter mit Bayer in den letzten zwölf Monaten minus 12,2 Prozent. Aktueller Petrovski F-Score 4 von 9 möglichen Punkten. Der Levermann-Score 1 Punkt und nach Peter Lynch haben wir aktuell ein Slowgrower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn wieder ab 2,19 und mehr Dividende für die Aktionäre. Marcel, was sagt der Chart? Danke Philipp, kommen wir zum letzten Unternehmen des Tages. Und das ist die Bayer AG, dessen Chart sieht richtig spannend aus, denn zuletzt hat sich einiges getan. Nach der Bodenbildung, welche sich hier nochmal für euch eingezeichnet habe mit den drei grünen Pfeilen und dem eventuellen Trendwechsel aufgrund positiver Nachrichten, wie zum Beispiel die Abschwächung der Strafzahlungen, die Gerüchte über eine mögliche Vergleichszahlung und erst heute die Zulassung eines Krebswirkstoffes. All das könnte dazu führen, dass der langfristige Abwärtstrend gebrochen wird und so langsam wieder neue Höhen erreicht werden. Seit dem letzten Update ist der Kurs zwar um minus 2,2 Prozent gefallen, aber eben doch recht stabil im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die nächste wichtige Zone sind die 70 Euro, die müssen überboten werden und dann könnten wir wirklich von einem Trendwechsel sprechen. Für mich ganz klar Adidas heute der attraktivste Kandidat in unserem Update, denn die saubere Konsolidierung ist für einen möglichen Einstieg recht attraktiv. Ich freue mich aufs nächste Update, bedanke mich bei der Community und natürlich bei dir, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen lieben Dank, Marcel. Schön, dass du da warst. Du hast jetzt ein Update bekommen zu neuen Unternehmen. Air Products, Covestro, Deutsche Post, Bayersdorf, MTU Aero Engines, Vonovia, Adidas, Craft Heights und zu guter Letzt Bayer. Welches Unternehmen finde ich im Moment sehr, sehr spannend und da muss ich sagen, immer noch Bayer und MTU Aero Engines. Aber jetzt interessiert uns natürlich deine Meinung. Welches dieser tollen Unternehmen hast du denn eigentlich im Depot? Welches beobachtest du? Schreib uns das doch gerne mal in die Kommentare und denk immer daran. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer noch irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao!